Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amazing World. Ich habe mir mal ein paar Videos von mir angehört. Und der Anfang, der hört sich immer so an, als würde ich gleich losheulen. Obwohl ich immer total so, ha, Freude aufnehme und so. Ehrlich, ich höre mich immer an, als würde ich gleich losheulen. Also, so empfinde ich das. Ich hoffe eher nicht. Sehr scheiße. Äh, ich habe immer festgestellt, dass Brick hier steht. Und ich spreche ihn mal an. Hey Junior, meet me in the Spring Bay and I will show you how to be a Care-Painter. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Egal. Ähm, es ist mitten in der Nacht zu einer gottlosen Uhrzeit und ich spiele Amazing World. Ja, wie viele Kinder sind denn noch online? Lasst uns nachsehen. Wie gehe ich denn da hin? Da. Okay, und ich habe gerade, ähm, ne, nicht gerade. Also, Wörter setzt euch zu einem normalen Satz zusammen. Okay, also. Neuer Versuch. Ja, hier gehen die FPS voll runter. Aber, es laufen hier tatsächlich noch Leute rum. Okay. Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Krass, Kacke. Es ist wirklich spät. Also, alle, die jetzt hier unterwegs sind, sind keine Kinder. Was geht? Hier sind ein paar hobbylose Leute. So wie ich. Oder ist es natürlich eine andere Zeitzone, aber so doll kann der Unterschied, glaube ich, gar nicht sein. Ich weiß es gar nicht, ob man das jetzt... Ob man das überall spielen kann. Auf jeden Fall natürlich Englisch, ne, und so. Aber, so krass kann der Unterschied, äh, Unterschied doch gar nicht sein. Egal. Ähm, was ich sagen wollte ist... Äh, toll. Und voll so eine Flachpfeife. Und wenn es mir einfällt, vergesse ich es gleich wieder, weil ich total abschweife und keine Ahnung habe, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, das Maximum Level, Level 10, habe ich jetzt erreicht. Es sei denn, ich, äh, werde hier, drücke hier oben drauf und, äh, mache den hier. Also, ein Member werden. Für ein ganzes Jahr kostet es 30 Euro für... Also, die sind nicht Euro, die sind, äh, Dollar, ne? Ja, Dollar. Äh, umgerechnet ist es ein bisschen weniger, glaube ich, als 30 Euro. Also, ich weiß gar nicht genau, wie viel, aber, ne? Äh, sechs Monate sind 20 Dollar und ein Monat sind 4 Dollar. Und dann kriegt man, äh, beziehungsweise man, ja, man kriegt monatlich so viel, äh, Geld, Währung. Äh, ein Mystery Bundle, das scheint dann wahrscheinlich so eine Stardrop-Thing oder Bowie, Bowie, drin zu sein. Und hier steht natürlich, ähm, Play all the way to Levels. 50, das heißt, höher als 10 kann ich ohne Member zu sein gar nicht spielen, glaube ich, soweit ich das jetzt, äh, geraffelt hab. Es kann natürlich auch sein, dass ich noch ein bisschen weiter spielen kann, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Egal, äh, 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 ja, ich kann dann hier noch verschiedene andere Sachen senden, private Nachrichten und Design und speichern diese Outfits halt. Und, ähm, ja, und, ähm, je nachdem, wie weit man runter geht, hier zum Beispiel, kriegt man dann nur so viel Geld pro Monat, also für diesen einen Monat. Und diesen Sing, kriegt man ein Mystery Bundle noch dazu, ein bisschen mehr Geld und, ja, da in der anderen Liste verändert sich nicht. Äh, äh, ein Freezing, also den kann man dann benutzen, der ist irgendwie total süß, ne, also, und hier dann nochmal einen Ringbogen, den finde ich auch süß, also, äh, theoretisch kann man das verkraften, wenn man das für sein Kind kauft oder so, also, ist jetzt nicht so viel, würde ich meinen, und, ähm, Dafür gibt es Extras und, pfff, finde ich jetzt überhaupt nicht schlecht. War das schon immer eine abgestürzte Rakete oder was das auch immer ist? Das muss ich jetzt leider nachgucken. Weil ich stehe hier die ganze Zeit nur rum und laber Scheiße und gucke mir irgendwas an. Was ist das denn hier? Was ist das? Team Adventure. Oh, cool. Ist das sowas? Oh, wie cool. Ja. Hey. Oh, ich muss Next drücken. Ich gucke, ich starre den so an und denke mir nur so, flauschig, aber nervige Stimme. Äh. Uh. Fokus, Drone. We need to put out these planes first. And why does your voice sound like that? Do I sound strange? Perhaps my voice box was damaged when you crashed the ship. Why are you yelling at me? Killing at me. Why do I have fleas? Speak up. I think my ears got plugged when you crashed the ship. What about the fire? Schreit der, weil er nicht mehr so getört? Quick, Captain. Use the anti-combustion extinguisher to put out the fire. Maybe this alien Zing can help you. It looks strong. Da. Wir sind ein Alien? Wo sind wir in Alien? Ah, an Alien. Oh, 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 oh. I made contact. Help me, Alien Zing. Ja, ist gut. Halt die Backen. Irgendwas muss ich tun. Wieder wahrscheinlich reinlaufen. Ja. Einfach Schema. Kennen wir schon. Die Steuerung ist noch ein bisschen, äh, ungewohnt wieder. Oh mein Gott. Werden wir etwa jetzt zurück teleportiert? Nein, danke. Danke. Und er macht's trotzdem. Aha. Wo kommst du denn bitte her? Oh, ist das neu? Oder hab ich das einfach nie registriert, dass es das gibt? Oder so? Sorry, das wollte ich nicht. Warte, 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 warte. Jetzt muss ich das nochmal. Okay, keine Ahnung. Ähm, was ist das? Achso. Du, 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 du. Ah, das ist süß. Okay. Äh, ich wollte aber... Ja, was wollte ich? Achso, hier, das ist hier die Währung. Nicht die normale Währung, sondern diese, die man sich kaufen müsste. Währung. Die hier. Bin doof. Ich weiß, aber... Wollt's mal sagen. Die ist ja süß. Okay. Äh, ich schweife ab. Ich, ähm... Oh. Ah, okay. Hier ist der Chat. Ich find immer wieder was Neues hier, ne? Das ist selbst nicht so genau. Ah, die Tasche. Ähm. Was ist denn das hier anders? Ich drück einfach mal OK. Passiert nix. Ach, du it. Ah, hier muss ich wieder... ...die bösen Zings umrennen? Ich weiß nicht. Passiert ja nicht mal was. Kann es sein, dass es jetzt schon vorbei war oder so? Ich bin mir gar nicht sicher. Dann mach ich das, wenn's denn noch geht. Schäfchen? Oh, das ist dieses Hüpfkacke. Warte, wie hüpft man denn nochmal so hoch? Ach ja, die Pilze. Erschreckt. Erschreckt. Ich hab keine Ahnung, das ist... ...irgendwie komisch. Okay, ich hab Silber. Ich krieg sogar hier so ne... ...so ne... ...so ne goldene Währung. Durch... ...dass... ...diese Spiele. So. Ach, süß. Irgendwie die Krone. Oh. Oh, es ist so cute hier. ...at me. Oh, super süß. Der Hund und so. Okay, äh, ich glaub... ...ich schweib jetzt nicht ab. Ja, ich glaub, so einiges kann ich halt nicht machen, weil ich kein Member bin. Aber das soll uns ja nicht stören. Ich... ...das ist ja sowieso alles... ...also ich wollte das Spiel jetzt nicht durchspielen, wenn's überhaupt möglich ist. Ich weiß es nicht mal. Ich wollte jetzt aber mal... Ich weiß sie doch mal... ...blum! ...an labern. Komm her, Blum. Natürlich. Ich schaff alles. Wo muss ich denn lang? Weil, zeig mir doch mal was. Okay. Warte, war hier nicht... Komm, lass mich spinnen. Kann ich spinnen? Ich glaub, ich hab die Aufgabe gerade ausgebrochen, aber egal. Ja, bla bla bla. XP! Haha. Ja, nehm ich alles, ne? Ich will hier so'n, so'n... ...weiß ich nicht. Hier. Itch und diese komischen... ...weiß ich nicht, was das ist. Gib mir was. Gib mir was mega cooles. Was ist los? Was? Okay. Okay. Ganz viel Geld ist auch gut. Nehmen möchte ich jetzt nicht. Dankeschön, das war lustig. Und die Aufgabe geht noch weiter. Die hat sich also nicht abgebrochen. Versucht er da, sich grad aufs Haus zu backen oder so? Schaut so aus, ne? Ähm... Da sind die fiesen Viecher. Ähm... Waaay! Hallo? Hallo? Egal, geh. Du erstmal weg. Und du. Und du. Weiß nicht, noch welche. Boom, boom, macht's. Und noch einer. Zack! Was ist das hier? Kann ich da nicht draufdrücken? Ne, grad nicht, glaub ich. Ah, da steht schon wieder was mit Level 18 oder so. Ah, böse. Das sollt... Ja. Eier! Was war das? Ähm. Ähm. Oh, schmerz der Ninger. Okay, nicht ablenken lassen. Äh, so, so, aber... Einfach weitermachen. Ich mach das! Ich hör schon gar nicht mehr zu, was sie sagt, aber egal. Nein, der ist mir zu laut. Da geh ich nicht so dicht dran. Der hängt da immer noch am Haus. Hier ist es übrigens nie Nacht. Immer hell. Oh, es ist der hat mal ne andere Farbe. Nett. Ähm. Wo muss ich hin? Das ist die Zwinkel. Ah, die ist auch süß. Hä? Ach, so, die Dinger hier. Was ist mit dem? Die sind doch so noch... Wie war das? Ich hab jetzt natürlich nicht gelesen, was die wollte, beziehungsweise eigentlich zugehört, aber... Ach, der macht hier Vorschuss so weit. Die erschreck ich mal. Die sieht auch ein bisschen anders aus, als die sonst... Dinge, Viecher... Wie auch immer die nochmal heißen. Nix, ne? War das? Gott. Das ist scheiße. Das ist nicht funny. Das ist scheiße, ist das. Stupid. Ne, Shetty, könntest du auch sagen. Nett lustig. Nett lustig. So. Kann ich verstehen. Ich sing auch nicht, wenn mir zum Heulen zum Mutter ist. Obwohl. Nö, nö. Nicht, dass ich wüsste. Guck mal hier. Eigentlich wollte ich was trinken, aber jetzt hab ich mir überlegt. Ne, doch nicht. Okay. Ich geh zu ihr. Ach, Füchse sind schon was Schönes. Äh. Äh, 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 äh. Bitte? Geräusche? Kann ich eigentlich so drücken, ne? Wo ist es oder wo kommt es her? Ja. Soll ich irgendwie Angst haben? Ja, ich weiß, meine Lenkung ist wieder total beste ever und so. Voll dränglich hier. Hallo, Tränkelwinkel. Schein, Baby, schein. Okay. Aber nun... Jetzt werde ich zurückgeschmissen. Oh, jump around. Gut, alles für der Dufte hier. Ähm. Ach ja. Maus brauch ich jetzt nicht. Hallo? Du, 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 du. Ach, nur Zupfen. Ich lass die mal noch stehen, weil letzte, letzte Male war immer er so. Das einfach irgendwie... Was ist diese Frucht? Jetzt ist das gut. Ich hab keine Ahnung. Oh, fies! Huh! Das war jetzt auch fies. Boing! Und was wollte ich sagen? Jetzt hab ich's vergessen. Oh, Schreck hier. Die sind sicher, oder? Veralbert mich nicht, bitte. Diese Flower Power. Wenn ich stehen bleibe, werde ich soo geschoben. Ist noch ne Frucht. Kugeln einfach nur. Doofen dagegen drum, glaub ich. Viele brauch ich? Okay. Toll, jetzt kann ich nochmal hier lang gehen. Glaub ich, weil ich da runtergefallen bin. Boing! 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 Ah! Da ist Rutsch nicht runter. Okay. Neuer Versuch. Nicht runter Rutschen. Rutschen ist doof. Wow. Wow. Dafür bin ich jetzt hier hochgegangen? Warum? Die anderen beiden hätte ich mir locker von hier holen können, oder? Probieren wir mal was. Tada! Siehste. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Früchte sind, aber ja. Egal. Halt keine Münzen. Bläh. Jetzt nicht. Ja, ich hab meine Augen immer offen, total weit offen und so. Haha, ja. Alles gut, nein. Ich, äh... Ich sag dazu einfach nichts. Da ist noch was. Was muss man tun? Ah, Schleim. Wieso steht er nicht auf, er sie es... So funktioniert das. Nein! Bin ausgerutscht. Was soll denn der Käse? Muss ich jeden Stern... ...einzelt... ...da reinschmeißen? Ich mach's einfach. Oh Gott. Lenkung ist voll für... ...ah, ah. Oh, es ist ein lustiges Spiel. So, an sich. Wenn man ein Kind ist, ist das stimmt falsch. Schönen. Ich hab voll die Kopze getreten. Die Stars und Sternchen, ne? So läuft das hier. Da bin ich schon beim Ersten. Beim Ersten werde ich nicht in diesem Leben, aber... Nein, ich bin ausgerutscht. Ich muss mich rollen. Lass mich hier durch! Ich muss Erster werden! Entschuldigung. Irgendwas geht bei mir durch nachts. In der Ferne. Oh, die Flügel sind süß. Ah, das ist ein Hotdog! Das ist so ein Hotdog-Sing. Das ist total süß. Okay, ist da nix. Ist da nix. Nix, nix! Witzig. Hat bestimmt jetzt gar keiner gecheckt, worauf ich ihn auswollte. Und zack! Zack. Ich frage mich, ob hier auch ältere Leute dran sitzen und denke so, oh geil, voll tolles Spiel. Also ich denke ja nur so ganz halt bunt, bunt, bunt. Ist es so schön bunt? Nein, ich wollte da noch reinrennen. Lass mich hier noch reinrennen! Ich hatte noch ein Stern. Da ist ne Ente! Oder sowas. Anderes. Ähnliches wie ne Ente. Good job, bitches! Yeah. Oh, Entschuldigung. Ist dieses Spiel ist jugendfrei. Dann muss ich mich auch jugendfrei benehmen. Benehmen? Was ist das? Chicken! Do it! Chicken! Das machen wir ja noch mal. Ich muss ja noch mal irgendwas hier machen, ne? Chicken picken! Nein, das scheiß Rühreie hier. Wir hatten hier so ne geile Lenkung drauf. Bei jedem Sprung müsste man ein Chicken mindestens treffen. Sonst ist man nicht awesome, will ich. Das scheiß Rühreie hier, da. Ich glaub's nicht. Chicken! Rühreie! Chicken! Rühreie! Auf jeden Fall hört man ganze Zeit nur so plagt. Ja, danke! Schönen Dank aber auch, doch. Ich seh' nicht unbedingt, wo ich hinfliege mit meinen Chickens hier. Da war Rühreie. Ah! Ah! Die scheiß Chicken hier. Ah! Ja, Team Playblatt. Ich hab auf jeden Fall Dingsis bekommen. Das ist schon mal schön. Ich bin zwar ziemlich dämlich in dem, was ich tue, aber es geht. Okay, äh. Folge ist schon wieder irgendwie über der Geraden. Aber ich musste einfach und so Spieltrieb. Auf jeden Fall war's das für heute. Äh. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Folgen mich davon machen. Ähm. Ihr könnt mir ja erzählen, ob ihr noch ein paar Folgen sehen wollt hiervon oder nicht. Oder ob ihr irgendwas wissen wollt über dieses Spiel. Weil dieses Spiel so toll ist und ihr alle das auch spielen wollt. Ja. Wollt ihr. Nein. Okay. Äh. Man kann nicht sehr weit raus tun. Okay. Ähm. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.